Hallo, ich wollte direkt Bescheid sagen, dass das sein kann, dass ich noch so ein bisschen frühstücke, dass ich mich so ein bisschen rein frühstücke in den Podcast heute, weil es wir da ja alle nichts davon haben, dass wenn ich jetzt eine halbe Stunde hier Vollgas gebe an der Gekanone und dann geht mir die Puste aus und dann falle ich um, das sagt man immer, wenn man nichts zu frühstücken hat, dann fällt man irgendwann um. Ich habe noch nie einen gesehen, der umfällt, weil er nichts zu frühstücken hat, aber ich wollte dem vorsorgen. Das heißt, es kann also sein, dass ich ab und zu mal hier so eine Melone oder eine Ananas oder hier dieses italienische Actimel, wie heißt das, Conard Picari. Das sieht aber lecker aus mit Granatapfel. Das kann sein, dass ich das trinke. Ich probiere das so wenig ASMR oder wie das heißt, wenn man so Leute Schmatzgeräusche macht und Leute das geil finden. Ich probiere das zu vermeiden, dass ich da also nicht aus Versehen noch jemanden erotisch anspreche, sondern es geht einfach nur um Frühstück. Ich möchte einfach nur vorbereitet und fit sein für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gar keine Hemmungen. Gar keine Hemmungen, Klaas. Denk an Jan Ullrich, als der einen Hungerast hatte in Alpe d'Huez. So soll es dir heute nicht gehen. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich kann es jetzt nicht genau medizinisch erklären, aber das war das ganz große Ding in seinem großen Konkurrenzkampf mit Armstrong, dass wenn die da die Berge hochgekurbelt sind und er hat zu wenig gegessen oder zu wenig getrunken, dann geht auf einmal die Kraft komplett weg. Und das hat man dann immer so gesehen. Der ist dann vorne mitgefahren und das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und auf einmal macht es Bupp und Ulle ist da unter den Letzten. Ja, da hat er sich leer gemacht. Das hatte ich auch schon ganz oft. Wie Jan Ullrich hatte ich es exakt genauso. Und zwar, ihr kennt doch diese steile Treppe, wenn man runter geht zum Grillroyal an der Friedrichstraße, das Restaurant. Da ist so eine ganz steile Treppe. Und da bin ich schon teilweise so runtergetaumelt mit letzter Kraft. Und Mitarbeiter vom Grillroyal mussten mich dann aus meinem Nerzmantel so rausheben und mir dann erst mal ein Goldamulett vom Hals ziehen, damit ich überhaupt die Kräfte habe, da hochzukommen. Dann haben sie mir so eine ganze Flasche erstmal Chateau Montrachet in den Hals kippen müssen und drei Kaviar-Eierchen auf die Zunge getippt. Und dann bin ich erst wieder zu Sinnen gekommen und konnte dann Alpe d'Huez, also das ganz große Steak praktisch verspeisen. Ja. Also wieder Jan Ullrich. Richtig. Genau das. Hungerast. Ganz klassisch Hungerast. Und ich habe jetzt Angst, dass Gras, wenn du wieder den Gagberg besteigst, dass dir ein ähnliches Schicksal wieder fährt. Ich habe doch den Gagberg, den wie Sissi-Force rolle ich euch dann mit hoch. Fallen wir immer wieder runter? Ja, ihr fallt immer wieder runter. Irgendwann sind wir oben angekommen und dann machen wir da die Baywatch-Berlin-Fahne oben hin. Aber da sind wir noch lange nicht. Jetzt wollte ich erstmal wissen, wie geht's euch denn? Wie seid ihr denn so drauf? Nee, ich will erst noch wissen, weil letzte Woche hast du ja live von der Rezeption gesendet. Bist du jetzt am Buffet? Das will ich nur ganz willkommen wissen, wie es denn auch da ist. Nein, ich bin ja jetzt weg. Stehst du da so neben ein paar Opis in Sandalen? Ich bin in einer sogenannten Nacht-und-Nebel-Aktion da ausgezogen. Ja. Ich habe da wirklich nichts, alles was nicht angenagelt war, habe ich ins Auto gepackt und bin davon gebraust. Und jetzt halte ich mich hier versteckt in einem Haus und hoffe, dass die mich nicht finden von dem Hotel, wo wir gerade waren. Und das ist das ganz schön hier. Und jetzt sitze ich hier. Das ist alles etwas rustikal. Die arbeiten hier viel mit Terracotta-Fliesen. Also ich frage mich, wenn die erste Truppe von RTL 2 kommt und hier mit Schwammtechnik gelbe Wände macht. Es steht hier fünf vor, blaue Couch, vor orangener Wand. Aber damit muss man zurechtkommen, weil ich will ja hier nicht einziehen. Ich will ja hier nur Urlaub machen. Und dafür ist es schön. Ich stelle mir vor, es sieht bei dir so ein bisschen aus wie dieses von der Reinigungskraft verhunzte Jesus-Bild. Das als Haus. Die das so nachgemalt hat. Ja. Ja, so ein bisschen. Genau, dass man das Gefühl hat, mit ganz viel Herz ist da hier was schief gegangen. Jetzt müsst ihr mich auch mal fragen, wie es mir geht. Ich will das auch mal sagen. Ja, habe ich doch schon. Ihr beantwortet mir das ja nicht. Ich habe euch, guck mal, dann hat nämlich Jakob gesagt, bevor ich das beantworte, will ich noch bla bla bla. Und dann kam dieser Einschub hier. Aber genau, ich wollte eigentlich nur wissen, Schmidt, wie geht es dir denn eigentlich? Hervorragend. Danke. Also unabhängig von, wir zeichnen gerade mittwochs auf, Mittwochmorgen. Die Quote ist gerade reingekommen von Wer steht mir die Show? Die gibt keinen Grund zur Sorge. Es macht richtig Spaß. und, aber das ist nur, das ist zweitrangig. Hauptsächlich bin ich aus Italien weg und ich bin wieder in meinen heimischen Wänden und hier ist alles kontrollierte Scheiße. Du bist wieder in dein Deutschland, ne? Ja. Ich bin wieder hier. Ja. Bist du so reingestürmt zu Hause? Der deutsche Michel ist zurück. Ich habe jetzt wieder, jetzt ist wieder alles unter Kontrolle. Jetzt gibt es wieder die Regels. Ich weiß jetzt wieder, was ein Taxi kostet. Jetzt gibt es die Regels. Jetzt sind die Regels, aber bist du, hast du denn schon, weiß ich nicht so, um zu Hause angekommen, hast du rituell schon mal einen gelben Sack rausgestellt oder so? Ne, ne, das ehrlicherweise nicht. Ich habe mich direkt vor den Fernseher gesetzt. Wann kommt denn, das will ich wissen ganz gut, Schmudi, es ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nach dem Urlaub. Ganz entscheidend. Wann kommt der Tag und die Minute in deinem Leben, wo du das erste Mal den Briefkasten öffnest? Ey, da habe ich extrem dazugelernt. Weil da ist ja nur Scheiße drin. Das kann ich dir wohl sagen. Ich weiß, aber mit meiner, mit Ankunft in meiner neuen Wohnung habe ich mir vorgenommen, das abzustellen, dass ich so diesen Briefkasten nicht öffne und so. Das hatten wir schon öfter im Podcast. Ja. Und das ziehe ich knallhart durch. Ich gucke mir die Briefe nicht an, aber ich lege sie auf den Tisch. Ja, das ist aber Quatsch, weil das ist nämlich immer das Problem, auch bei Peter Zwickert gewesen, dass Briefe, die man ungeöffnet in die Küchenschublade stellt, trotzdem als zugestellt geht. Man mag es ja kaum glauben. Meistens stand bei Peter Zwickert Premiere drauf. Ja, eins am anderen. Bei den Leuten, die da ein Problem hatten, ne? Ja, ja. Naja, das war so unter diesem Besteckkasten. Die haben dann immer so den Kasten, so einen Plastikeinsatz, der in der Schublade war, wo das Besteck sortiert war. Und den haben die dann rausgenommen und unter dem Besteckkasten, da waren dann noch so fünf, sechs, ich sag mal, farbige Briefe. Was macht ihr denn als erstes, wenn ihr aus dem Urlaub kommt? Naja, also das ist ja wirklich, wie ich ja schon verspottet werde. Bei mir wird, das habe ich letzte Woche erzählt, umgebaut und die Umbauobachten haben sich so gestaltet, dass man vergessen hat, das Klo und das Waschbecken zuerst einzubauen. Deswegen kann ich weder Pupu noch mich waschen. Und so kann man leider nicht eines geregelten Lebens nachgehen. Das ist auch die sichere Feststellung. Wobei, ich könnte aber stinken immer im Büro. Weißt du, dass ich so aus dem Büro komme, mit so zerzausten Haaren und dann mache ich erstmal meinen Morgengang und Frühstücke da. Ich kann natürlich im Büro leben, wie der hier bei The Terminal, Tom Hanks. Aber das wollte ich vermeiden. Also ich bin jetzt im Hotel und kann nicht nach Hause. Und ich habe nochmal das Hotel gewechselt und ich bin also sowas von glücklich und zufrieden, muss ich sagen. Weil also dieses Hotel, wo ich jetzt bin, das hat die besten Luxusfeatures, die ich je erlebt habe. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt wieder nach Hause möchte. Ich glaube, ich bleibe hier. Rutschst du in so einen Lindenberg-Lifestyle und wirst dann ein Original des Hauses? Exakt. Malst du irgendwann mit Eierlika die Wand an und hältst Hof für so andere Aussortierte? Also das habe ich im letzten Hotel in der Lobby gemacht und deswegen bin ich rausgeflogen. Also so weit ist es offenbar noch nicht. Das muss man sich offensichtlich erarbeiten. Aber hier gibt es Luxusfeatures und ich rede nicht von einem Bett aus Elfenbeinen, sondern es sind die kleinen, in Anführungsstrichen, Dinge. Und ich möchte euch einfach ein paar Sachen sagen, von denen ich bisher nicht wusste, dass der liebe Gott sie erfunden hat, die aber doch so schön sind. Ja. Es gibt hier im Badezimmer einen Spiegel, den man beheizen kann. Jetzt fragt ihr euch, was ist mit beheizen? Spiegel? Ich brauche ja nicht... Damit er nicht beschlägt. Damit er nicht beschlägt. Und so tänze ich morgens aus der Dusche, durch diesen Dampf und es riecht herrlich nach Duschdass oder was auch immer man hier nimmt. Und dann ist der Spiegel ganz klar. Ist das nicht toll? Dann gibt es hier Handtuchwärmer. Also das heißt, wenn ich da so kalt geduscht, dann komme ich in ein warmes Handtuch. Und dann gibt es hier noch die beste Erfindung aller Zeiten, weil es ist hier so eine Art Mix aus Hotel- und Apartmentfeatures. Ich habe eine Waschmaschine, die gleichzeitig ein Trockner ist. Gleichzeitig. Das ist für mich purer Luxus. Ich packe etwas rein, drücke ein Programm und nach einer Stunde kann ich es direkt anziehen. Könnt ihr das glauben? Und dafür haben wir jetzt die Mikrofone angeschlossen. Ist das nicht herrlich? Dann rufe ich morgens so eine Nummer an und dann bringen sie ein Frühstück, was ich gern habe. Und abends ist es genauso. Das geht alles zu Hause nicht. Du musst einfach aufpassen, dass du dich möglichst gut benimmst in diesem Hotel, dass du also ganz, ganz lange die Regels einhältst, damit du diesen Luxus und diese schöne Stimmung auch ohne persönliche, unangenehme Nebengefühle noch nutzen kannst. Das alles so weitergeht. Weil wenn dir dann irgendwann mal zwangsläufig zwei, drei komische Sachen passiert, dann traut man sich nicht mehr, sich frei im Hotel zu bewegen. Mir ist das passiert. Ich bin vor ein paar Tagen in einem Hotel aufgestanden morgens um sieben oder so und ich wollte Kaffee holen. Ja. Und ich bin so rumgelaufen in dem ganzen Hotel und ich war mir nicht mehr sicher, wo ich lang muss, weil das also sehr verwirrend alles war. Und da waren ganz viele Türen und die sahen alle so ähnlich aus. Und ich wusste, da ist eine Tür, wenn man da durchgeht, kommt man in so eine Art Vorraum und dann ist man so innen in so einem größeren Gebäude und dann kommt man da irgendwie zur Küche und dann wollte ich gucken, ob da schon einer ist. Und dann dachte ich, ah ja, okay, dann gehe ich nicht außenrum, sondern ich gehe innenrum und komme dann direkt zur Küche und frage dann mal, ob die nicht so lieb wären und mir einen Kaffee geben. Und dann habe ich einfach, also war ich so ganz durcheinander und hatte auch, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich auch nur ein T-Shirt und eine Unterhose an, wenn ich so ein bisschen losgestürmt bin zu Hause. In deinem Fall kann man wirklich sagen, immer noch besser als die Puna-Hose. Ja, das stimmt. Weniger freizügig. Die Puna-Hose, die hängt jetzt im Museum für Sportbekleidung, die musste ich abgeben. Was? Anderes Thema. Aber ich bin dann los und habe also das gemacht und habe ich dann gedacht, ach guck, da ist die Tür. Und dann habe ich die Tür, die war so halb angelehnt, so wie die immer war. Dann habe ich die aufgemacht und bin da reingestürmt und dann habe ich festgestellt, ein bisschen zu spät, dass ich im T-Shirt und in der Unterhose in einem Zimmer einer anderen Familie stehe. Und in dem ersten Zimmer haben wir die Kinder geschlafen. Das waren so zwei, ich denke mal sechs oder neunjährige Mädchen. Das war mega schlimm. Und dann, das war so peinlich. Und dann bin ich da rein und dann kamen natürlich die Eltern um die Ecke gestürmt und schaue mich an. Ich stand da in der Unterhose, im T-Shirt, in diesem Zimmer von dieser fremden Familie und die haben offenbar gerade schon so Sachen gepackt, weil die abreisen wollten. Und dann habe ich dir das kurz erklärt und habe gesagt, ich habe mich vertan. Tut mir leid, es ist das falsche Zimmer. Und dann hat sie mir aber zum Glück gesagt und das war meine absolute Rettung, dass das schon mal passiert sei, weil diese Türen sich so ähnlich aussehen, die nebeneinander sind. Aber ich bin tausend Tode gestorben und dann bin ich in diesem Zustand, muss man sich vorstellen, bin ich völlig übermüdet und geschockt und all das, bin ich dann also weiter und habe immer noch auf der Mission, ich werde irgendwo Kaffee finden. Und dann kommt mir jemand entgegen aus der Küche und sagt dann zu, dann sage ich, ja ich hätte keinen Kaffee und ob das möglich ist und so weiter. Und sie hat so ein bisschen Englisch gesprochen und dann, wie das immer so ist, Englisch, Italienisch und ein Bruchstück hiervon, ein Bruchstück davon. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, ja, Kaffee, 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 okay, okay. Aber, ähm, Fikifiki, habe ich gesagt, bitte was? Ja, Kaffee, no problemo. Aber, Fikifiki, habe ich gesagt, wie, was? Was? Und ich möchte einen Kaffee. Ja, mal Fikifiki. Was? Und, äh, ja, eben, so habe ich da auch gestanden. Ich habe dann, wusste nicht, was ich sagen wollte. Und dann löste es sich zum Glück auf, denn dann hat sie gemerkt, ich verstehe das nicht oder bin zumindest überrascht von ihrer direkten Art. Und, ähm, dann hat sie sich umgedreht und ist in die Küche gegangen und hat, kam mit zwei Feigen in der Hand zurück. Sie wollte wissen, ob ich noch zwei Feigen essen möchte, die auf Italienisch Fikifiki heißen. Ach, Gott sei Dank bist du nicht in das andere Apartment da rein und willst zwei Feigen. Aber ich muss auch sagen, das ist auch wirklich die, das werde ich mir merken, das ist so auch die, ähm, die eleganteste Art, jemanden von seiner Scham zu befreien, indem man einfach immer behauptet, kein Problem, das ist schon öfter passiert. Stimmt. Stimmt. Das werde ich mir merken für gute Freunde. Also, wenn mir irgendjemand aus Versehen, da, ähm, kein, ähm, sehr gut, ja. Wenn schlimme Dinge passieren, werde ich immer sagen, mach dir keine Sorgen, Basti, es ist schon öfter passiert. Boah, das ist wirklich gut. Das ist wirklich sehr entlastend. Das ist gut, das ist. Das ist super entlastend. Das ist wie diese, äh, diese Art, äh, die wir mal übernommen haben, ähm, wenn man nach so einer Performance gefragt hat, wie man es fand, man fand es scheiße, ist aber ein Freund und man sagt, you did it again. Ja, ja. Ja, es ist einfach eine gute Antwort, die einen freispricht von weiteren unangenehmen Momenten und wenn man den unangenehmen Moment nach sowas Peinlichem beenden will, ist es sehr gut zu sagen, kein Problem, das ist schon häufiger passiert. Wichtig sind ja aber die Details. Oder auch, ich traue es mir nicht zu, ist ja auch so eine Sache, ich traue es mir nicht zu, ist auch eine gute Absagesache. Wir lernen also immer mehr praktisch an so allgemeingültigen Sätzen, die man für unangenehme Situationen einsetzen kann, um leichter und beschwerdefreier durchs Leben zu kommen. Oh, wir müssen extrem... Dadurch zu, äh, die Peinlichkeit zu umgehen. Nee, das ist dann der Moment, das ist der Moment, wo du sagst, tut mir leid, Thomas Schmidt, ich kann es nicht besser. Ja, oder we did it again. Nee, das ist schon wieder, weißt du, das ist genau... Ich traue es mir nicht zu. Ja, ich traue es mir nicht zu, sehr gut. Aber, äh, we did it again ist nicht so gut. Ja, man muss, also man muss die Sätze natürlich richtig einsortieren. Ja, ja, ja. Es gibt Neuigkeiten, das wollte ich nur ganz kurz sagen, ich bin mit der Hilfe einiger Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Suche gegangen nach einer Antwort, warum die Fliegen sich immer so gerne auf den Arm setzen. Wollt ihr das kurz hören, damit ich das Thema einmal abspreche? Moment mal, aber es ging ja darum, dass deutsche Fliegen höflich sind und wir mit ihnen recht gut vertraut sind und dass italienische Fliegen richtige Wichser sind, die wirklich einen Vogel wild machen. Ja, so ist es. Und das liegt eher daran, dass man offenbar mehr schwitzt hier und mehr salzige Haut hat und die Fliegen das leckerer finden. Das ist so eine Theorie. Moment, findet das lecker oder geil? Das möchte ich wissen, weil das hat was auch damit zu tun, wie weit ich mich davon belästigt fühle. Also, ich glaube, die finden das erstmal lecker. In erster Linie, weil mir hat nämlich ein, wie ist der hier, Moin Klaas, ich, 54, bin ein großer Fan eures Podcasts. Sigi heißt der. Ist das eine Tinder-Bio oder ist das eine Anrede in dem Brief? Wo hast du hingespielt? Wir hatten da ein Match und dann konnte ich also die Nachricht weiterlesen. Das ist meine allererste Nachricht, die ich überhaupt irgendwem schicke. Nehmen wir kurz Bezug auf die letzte Folge. Vielleicht wurde das ja auch schon geschrieben. Fliegen setzen sich immer wieder auf zum Beispiel einen Abend, weil sie an den Füßen, das finde ich interessant, weil sie an den Füßen Geschmacksnerven haben und die salzige Haut lecker finden. Hm, lecker. Lecker. Na, es ist halt schon ein Unterschied. Weißt du, ob das für die so wie so ein Brötchen aus der Werbung ist mit Marmelade, dann würde ich so Verständnis aufbringen und sagen, klar, ich mag auch leckere Sachen, ich esse die auch, ne? Dann macht sie gemütlich, ne? Dann ist hier praktisch auf meinem Arm ein Sessel, ein warmer und da wird Frühstück serviert. Wenn die das aber geil finden und da so richtig sich so hinsetzen, weißt du, schon mit so einer Attitude und so, lecker, geil, dann finde ich es nicht gut. Dann bin ich dagegen. Ich will nicht so eine Art Zwingerarm sein für dich. Du willst von der Fliege nicht so angebummst werden. Ich möchte ein schönes Frühstückscafé für die Fliege gerne sein, aber nicht das Ficken 3000, was hier so ein Zwinger-Grupp ist. Das ist okay. Aber das würde ja auch bedeuten, dass sie sich praktisch auf ihre, ja, mehr oder weniger auf ihre Geschlechtsteile, müssen sie ja dann unter den Füßen haben. Das ist ja wahnsinnig unpraktisch. Das ist ja, ja, das stimmt. Apropos Ficky, Ficky, Apropos Ficky, Ficky. Jetzt sind wir ja wieder aus dem Urlaub zurück, zumindest in Teilen. Jetzt beginnt wieder der Ernst des Lebens und das heißt auch, man schaut auch mal wieder in die Fernsehzeitung. Ich habe die höher zu aufgeschlagen. Was sehe ich da, Leute? Ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Ich möchte trotzdem mal Discovery Plus irgendein, naja, startet Sextape mit Natascha Oxygian. Moment mal, Spicky, also das geht nicht. Jetzt gib dem Sender wenigstens die Props. Gib dem Sender wenigstens die Props. Ich weiß nicht mal, was das für ein Sender ist. Ist Discovery Plus irgendein? Discovery Plus oder so. Irgendwie muss man suchen oder irgendwie wahrscheinlich extra bezahlen, werde ich. So viel, sei mal gespoilert. Denn sie bieten folgendes Sextape mit Natascha Ochsenknecht. Und ich möchte euch nur nochmal die Beschreibung dieser kommenden Show vorlesen. Ab Ende August betrachtet Discovery Plus das Liebesleben von zwölf Promi-Paaren, die sich selbst beim Sex filmen. Natascha Ochsenknecht übernimmt die Moderation von Sextape VIP. Und dann die zwölf Promi-Paare geben intime Einblicke in ihr Privatleben. Im Mittelpunkt jeder Folge stehen drei Paare, die ihr persönliches Sextape mitgebracht haben. Dabei haben sie sich mit einer Kamera im Alltag selbst gefilmt. Und zwar auch vor, während und nach dem Sex. In der Gruppe schauen sie sich die intimen Videos an, diskutieren darüber und sollen so auch neue Impulse oder Ratschläge für ein lebendiges Liebesleben und eine glückliche Beziehung erhalten. Verspricht Discovery. Und jetzt... Aber Schmid, da sind doch sicher ganz, ganz feine Herrschaften jetzt dabei, oder? Wo man, also, wer ist es? Also ich würde jetzt denken, da ist es Camilla Parker-Boltz, da ist Stefan Raab dabei, Heidi Kuhn, George Clooney, Brad Pitt. Also ich sag mal so, selbst bei denen fände ich es mega eklig. Aber es ist jetzt, in der ersten Staffel sind unter anderem Entertainer Julian F.M. Stöckel und sein Partner Marcel, Reality-TV-Star Kate Merlan mit ihrem Ehemann. Das ist, glaube ich, die war mal mit Benjamin Beuys zusammen. Die kennt man nur, wenn man im Sommerhaus lässt. Ja, die im Sommerhaus lässt. Benjamin Beuys war auch mal mit Alexandra Bechtel zusammen. Ah, da schau. Ich hab Infos. Dann Fußballer Jakob Jarecki. Wer ist das? Jakob Jarecki kenn ich nicht. Wer ist Jakob Jarecki? Ja, wahrscheinlich ein Nachwuchsbasler. Ganz guter. Sänger und Reality-TV-Star Ernesto Monte. Ja. Oder Ernesto Monte. Aber den mag ich ja. Mit seiner neuen Freundin Mary. Iben grüßt. Und die Fußbräuchs. Frank und Elke Fußbräuch. Frank Fußbräuch, ist er wieder aus dem Knast? War der im Knast? Frank Fußbräuch, natürlich war der im Knast. In den 90ern. Der hat sich doch bei so einer Hehlerei da vor den Karren spannen lassen. Ja, ja, da ist was. Ihr habt ja nie die Fußbräuchs geguckt, oder? Frank Fußbräuch. Ach ja, das aber... Das war richtig, da war ich richtig betroffen. Weil man hat ja Frank richtig groß werden sehen. Man hat schon so gemerkt, als Frank dann irgendwann so ein Jugendlicher war, da hat man schon gemerkt, uiuiui, das geht schief. Und Frank war nie böse, aber Frank war leicht begeisterungsfähig für Ideen von kriminellen Freunden. Und da hat dann mehr oder weniger so, ich weiß nicht genau, aber so in dem Bereich Schmiere stehen, wurde er erwischt. Und ist dann dafür in den Knast gewandert. Tolle Sinn. Also Angelika Fußbräuch ist jetzt mit Pete Davidson zusammen. Das ist so. Angelika Fußbräuch hat auch mal gesagt, sie fährt gerne in die Türkei, sie weiß aber gar nicht, wie der Laden da läuft, weil da gibt es ja eigentlich nur zwei Jobs, und zwar Landwirtschaft und Gastronomie. Sonst machen die ja nichts. Ah ja. Merkt ihr, was hier gerade passiert, Leute? Merkt ihr, was passiert? Wie verkommen und degeneriert wir geworden sind. Ich lese euch gerade vor, dass sich da die Promis beim Sexfilmen dann in einer Gruppe zusammensetzen und sich gemeinsam dieses Video angucken und dann beratschlagen, was man besser machen kann. Und ihr redet von den Fußbräuchern. Wir müssen erst mal die Fußbräuchern, was sie damals irgendwann gemacht haben. Wir müssen doch jetzt erst mal. Ich möchte die Podcasts auch Meter machen. Wir müssen jetzt erst mal ein bisschen kenntlich machen, wen wir da eigentlich haben. Wir müssen jetzt erst mal gucken, über wen reden wir dann. Und jetzt kommen wir natürlich dazu, dass Fred Fußbräuch, das damals in den 80ern, als wir die Fußbräuch im WDR geschaut haben, hat es halt gereicht, dann mit seinem Arbeitskollegen Ali, wenn Fred da irgendwie dir das Wohnzimmer neu tapeziert hat, eine Stunde. Das hat gereicht. Mittlerweile muss also der Sohn, der Sohnemann, der den Betrieb vom Vater übernehmen will, halt ganz anders ran. Daran können wir das jetzt kulturgeschichtlich mal abhandeln. Aber Klaas, ich möchte dir noch als interessiertem Fußbräuch-Fan doch sagen, dass es so war, wenn der Fred Fußbräuch sauer war auf seine Anime, dann hat er nur einen Satz gesagt. Er hat gesagt, Anime Young in der Küche. Das waren noch, das waren Zeiten damals, so war es. Die haben sich gestritten, dann hat er die Schnauze voll gesagt, Anime Young in der Küche. So, Schmitty, jetzt komm mit deiner Bumserei, komm. Ja komm Schmitty, jetzt darfst du doch da mit deinen Bums-Promis kommen. Also die Fußbräuchs waren vor allem, war Frank Fußbräuch, der war im Sommerhaus. Und deswegen haben wir eine geringe Chance, dass die Zuhörer ihn noch kennen. Möchte ich nachreichen. Aber das ist doch scheißegal. Also wenn man ihn nicht kennt, dann kennt man seine Augenlänge. Wie sieht denn so ein Format aus? Das ist doch nicht deren scheiß Ernst. Gibt es da irgendeine Vorlage, die man sich schon mal angucken könnte? Ja, es gibt eine Vorlage, es gibt eine Vorlage. Ja, Jupport. Es gibt eine Vorlage, es gibt das schon international. Nee, das gab es auch schon mal in Deutschland. Das hat wohl irgendwie aber keiner geguckt. Irgendwo gab es das schon, habe ich gelesen. Aber die haben es wahrscheinlich nicht explizit genug gemacht. Also der Trick ist ja bei sowas, wenn du das jetzt so ankündigst, dann musst du auch durchziehen. Also das möchte ich jetzt Discovery Plus nur mal ins Ruder schicken, dass wenn die jetzt so eine vollmundige PR-Strategie da fahren, dann dürfen die jetzt nicht da irgendwo in der Ecke ohne Licht unter der Bettdecke, das geht jetzt nicht mehr. Da muss man jetzt alles sehen. Jetzt muss es richtig, also jetzt muss es ganz schlimm sein. Sonst ist es wirklich eine Mogelpackung. Es muss so sein, dass ich allein, wenn ich das Audio höre, brechen muss. Genau. Dann ist es gut. Ja, aber da reicht schon die Pressemitteilung ehrlicherweise. Das haben sie schon mal geschafft. Das ist doch nicht der Ernst. Aber Schmitty, findest du, also du jetzt, ich möchte es nur mal sagen, weil die Leute sind irritiert, wie du da jetzt bist. Du hast jetzt natürlich schon, ich sag mal, die Kreditkarte in der Hand und fragst, wo du dich einschreiben kannst für Discovery Plus. Richtig. Und auf der anderen Seite spielst du den großen Moralhampel hier, der sagt, wo sind wir eigentlich angekommen. Aber du bist natürlich auch der beste Kunde von denen. Du bist exakt das, was die haben wollen. So Leute, die hinter vorgehaltener Hand durch die Finger linsen und sich das dann doch angucken. Richtig. Wegen sowas waren, ja, war wahrscheinlich, also ist wahrscheinlich die komplette Welt der erotischen Filme erfolgreich geworden, weil es niemand zugebt. Und trotzdem, das ganze Internet, so funktioniert das ganze Internet. Das dann gucken. Also, findest du das jetzt gut oder schlecht? Mal ganz auf den Kopf zugesagt. Ich finde es interessant. Ich möchte mir, ich möchte diese Wissenslücke gerne schließen. Möchte gerne sehen, wie das gelöst wird. Und mich interessiert auch das Handwerk. Welche Wissenslücke? Mich interessiert auch das Handwerk. Worin besteht jetzt Wissenslücke? Wo werden die Kameras aufgebaut? Was sieht man? Wie explizit ist es? Wie sind die Gespräche danach? Mit dem Handy natürlich wird das gefilmt. Nee, glaube ich nicht, weil da kannst du, das ist so aufwendig zu pixeln, weil dann die Kamera so wackelt. Ich glaube, die müssen es aufstellen, dann können die ganz schnell und kostengünstig einfach so einen Pixelklecks drüber machen. Das musst du genauer erklären, Schmitty. Naja, wenn ich mit dem Handy filme, dann wackelt das Bild die ganze Zeit, dann musst du quasi den Pixelklecks, den du an den gewissen Stellen haben willst, musst du tracken. Das heißt, wenn der Hintern von Frank Fußbräuch sich bewegt, musst du quasi diesen Pixelklecks immer ein bisschen rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wenn die Kamera aber steht und fest, fix installiert ist, reicht ein dicker Klecks, den du da drüber hängst. Es ist wichtig, also es waren praktisch Weisheiten aus der Postproduktion, ne Schmitty? Richtig. Das ist einfach für den Cutter oder die Cutterin sehr viel Arbeit, wenn man da den Klecks immer für jedes Einzelbild rumschieben muss und mit einer festen Kamera kann man den so raufdrücken. Wenn wir doch jetzt Harry es morgen nochmal fragen könnten, wie der das damals gemacht hat. Ruhe in Frieden, Harry. Ja, wir sind mal drauf gekommen, wenn das das Harry Ass heißt. Harry Ass. Ja. Ja, brauche ich auch Jahrzehnte. Harry Ass. Na gut. Kein Humor, auf den man stolz sein sollte. Bitte weiter im Thema. Ja, und wann kommt das denn jetzt? Ach, ab August, ne? Was war das denn? Äh, ja, ab Ende August. Also ich sag, ab Mitte August lass ich den Fernseher vorsichtshalber schon mal angeschaltet, damit ich das nicht verpasse. Ja, vielleicht wird das ja Mords Erfolg. Ich mein, Klaas, du als Fernsehgesicht, wenn das jetzt ein Riesenerfolg wird, das wird so eine Art Trend, sodass man als Fernseher sich gar nicht mehr umhinkommt, sich bei der Sexualität zu filmen. Was machst denn du denn? Dann guckst du ja richtig blöd. Aber die Frage ist doch, ob das wirklich interessant ist für sogenannte Fernsehgesichter. Wo sollst du dann hin? Ähm, Klaas, da hab ich auch einen Vorschlag. Weil man muss ja gleich ein bisschen auch aus der Fernsehmacherperspektive daran gehen. Und was ist gefragt? Was wollen die Sender? Was reißen sie einem aus der Hand? Da muss ich sagen, die großen Hits sind halt The Voice of Germany und ist auch Masked Singer. Und ich glaube, das sind Formate, die man exzellent mit dem Sextape verbinden kann. Das heißt, man hört Frank Fußbräuch stöhnen und wenn das auf Gefallen trifft, hauen die auf den Basser und erst dann dreht sich der Stuhl um und man kann sich das Elend angucken. Oder bei Masked Singer irgendwie so ein Kobold ist beim Beischlaf mit irgendeinem Zauberer oder so, ist auch möglich. Ob ein Höfel kann moderieren, ist was für die ganze Familie, wenn man es richtig angeht. Und da würde ich es ins Rate-Team, auf jeden Fall würde ich ins Rate-Team gehen, wenn du mitkommst. Ja. Das können wir vor allem, das können wir doch produzieren. Wir haben doch eine Produktionsfirma, wir können doch sowas machen. Aber nur, nur damit du das schon mal gehört hast. Ich werde mich nicht vor dir ausziehen. Auch wenn es die Weiterentwicklung der TV-Kultur irgendwann mal eigentlich zwingend erfordert, es wird niemals der Moment kommen, wo du dann so vor mir stehst und wir beide eigentlich so unser Schicksal akzeptiert haben, weil es unausweichlich scheint an dem Zeitpunkt unserer gemeinsamen Karriere, den wir dann haben werden, dass wir dann in so einem Raum stehen und wir beide wissen. Also wie beim Duell, nur mit Nackig. Entweder das oder das war es jetzt mit dem Fernsehen. Und dann stehen wir so voreinander und dann sagst du, dann mach jetzt halt. Und hast dann so die, du bist mittlerweile wieder da angekommen, dass du wieder selber die Kamera machst, wie früher bei Viva. Und ich dann in so einem Raum stehe und dann sage, ja gut, dann ist es wohl so. Und mich dann ausziehe. Den Moment, also da fahre ich lieber wieder nach Oldenburg und frage nochmal, ob die noch einen brauchen zum Verteilen vom Hundereport. Ich habe das jetzt notiert, Naked Duell um die Welt. Es gibt doch dieses Naked Survival, wo man nackt auf einer Insel ausgesetzt wird und so. Wir können nochmal zehn Staffeln machen, wenn wir da ein bisschen flexibler rangehen. Das ist total dumm, einfach zur Eskalationsstufe 10 zu springen. Was die jetzt gerade machen, ist Let's Dance mit Rollschuhen und du willst sofort alles nackt machen. So völlig unnötig eskalierend. Das ist doch Quatsch. Oder ein paar Socken weglassen. Erstmal kommt Duell um die Welt Kids, hatten wir schon mal. Wer wird Weltmeisterchen? Dann gibt es Duell um die Welt Haustiere. Dann gibt es Duell um die Welt Rentner Edition. Und irgendwann dann, wenn das wirklich alles vorbei ist, dann kommt nackt. Du kannst doch nicht mit nackt anfangen. Schmitty, was soll denn dann noch kommen? Duell um die Welt Tod oder was? Ich bin ein Visionär. Also Elon Musk schraubt auch an Raketen rum, weil er zum Mars fliegen will und nicht sagt, ich fliege zum Mond. Du musst immer ein bisschen weiterdenken da. Das ist richtig. Ja. Also du willst auch irgendwo rumschrauben, oder wie? Jetzt kommt Themawechsel. Ich bin dafür. Sollen wir eine Rubrik Lassen Sie das mal machen? Oh ja. Los geht's mit einer neuen Ausgabe der Rubrik Lassen Sie das. Lassen Sie das. Muss man nochmal kurz erklären, was das ist. Ja, ich erkläre kurz, wir haben mal aufgerufen zum Thema Lassen Sie das, dass alle Leute aus verschiedensten Berufs- und Gesellschaftsgruppen uns mal Regeln schicken, die für sie ganz besonders wichtig sind, an die sich dann andere halten können und sich orientieren können für das bessere Miteinander. Dass man also weiß, wie verhalte ich mich wo ganz vernünftig und zwar direkt aus der Perspektive desjenigen, die das selber den ganzen Tag erfahren müssen. Also bestimmte Berufe, wie trete ich denen gegenüber oder eben auch in Gesellschaftsschichten, wenn Menschen in einer gewissen Weise ein Leben führen, wie kann ich darauf reagieren? Und da haben wir ganz, ganz viele Zusendungen bekommen, wirklich viel, viel mehr, als wir jemals vorlesen können. Ich glaube, wir müssen da irgendwann mal ein Buch draus machen. Ich habe jetzt aber eine Rubrik Lassen Sie das aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers. Oh ja. Wie verhält man sich gegenüber einem Rollstuhlfahrer? Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch sehr gut. Weil ich denke, ich stelle mir vor, dass man da auch als jemand, der sehr hilfsbereit sein möchte, was falsch machen kann. Ja, genau, aber auch Leute, die überhaupt nicht hilfsbereit sind, machen auch viel falsch, ehrlich gesagt. Das sowieso. Ja, ich kann es jetzt ja einfach mal so vorlesen. Also lassen Sie das aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers. Und da muss ich wirklich sagen, manche Sachen kommen mir offenbar so häufig vor, dass sie auf Platz 1 dieser Liste gerutscht sind. Finde ich aber völlig kurios. Platz 1, nicht ungefragt schieben. Oh ja. Es gibt offenbar Leute, die ungefragt fremde Menschen schieben. Klar. Wie, klar? Wer macht das denn? Ja, genug Leute, dass das hier Platz 1 ist. Oh ja, klar. Wie verrückt. Ich versuche mir eine Situation vorzustellen, wo ein Rollstuhlfahrer, also wo ich den einfach ungefragt schiebe. Die Situation gibt es nicht. Übrigens, ich habe auch, ich habe, oh ja, klar gesagt, weil es völlig klar ist, dass es natürlich völlig absurd ist. Also logisch, ja. Also wie gesagt, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass diese Regeln aus einer persönlichen Erfahrung heraus sich ergeben haben. Bevor du zu Punkt 2 springst, sag mir erst mal, in welcher Situation, selbst wenn du super Hirn verbrannt und ein riesen Arschloch bist, in welcher Situation kommst du in die Verlegenheit, einen Rollstuhlfahrer ungefragt zu schieben? Falsch, falsch verstandene Hilfsbereitschaft, das ist so, es gibt auch Leute, die reißen dir die Tasche aus der Hand und sagen, ich trage die. Das macht bei mir niemand. Und man will das vielleicht gar nicht. Und so ähnlich ist das vielleicht auch, wenn man an einer roten Ampel steht und neben einem ist vielleicht ein Rollstuhlfahrer und man denkt, ach guck mal, jetzt muss der da ganz alleine darüber schieben, dann mache ich das mal schnell. Der will ja darüber, weiß ich ja, der steht ja hier und wartet. Ist das so, so genannt, kein großes Aufhebensmachen beim Helfen. Genau, einfach, genau, einfach gesagt, mit einer vermeintlichen, so eine hensärmelige Selbstverständlichkeit an den Mann bringen, sowas praktisch eine größtmögliche Nebensächlichkeit ausstrahlen, um zu zeigen, wie wahnsinnig tolerant man ist und dabei aber wahnsinnig übergriffig werden. Das wollte ich gerade sagen, weil das bringt eigentlich zum interessanten Thema der Übergriffigkeit. Das ist ein sehr moderner Begriff, mit dem man sich gerade viel befasst, zu Recht ja auch. Und ich glaube, das entsteht immer dann, wenn man sagt, das ist ja für den anderen gut und deswegen mache ich das jetzt mal. Und das ist, glaube ich, immer falsch, wenn man dann eben doch nicht fragt. Und dann gibt es aber wieder so Situationen, an die ich gerade denken musste, als wir beide Schmitti in der Corona-Sieche einfach, da haben wir den ja auch übergriffig übermannt und haben dem da leckere Feinkostsachen an die Tür gestellt, weil wir wussten, wenn wir jetzt nur fragen, können wir was für dich tun, dann sagt er nein. Das ist ein ganz schwieriger Bereich. Ja, aber da kennen wir uns so gut, dass ich genau weiß, dass er sich heimlich freut und seine gute Erziehung ihm verbietet, das bei uns zu bestellen. So ist das stimmt. Das ist ja was anderes. Und beim Rollstuhlfahrer, den kennt man eben in dem Bild gar nicht und da kann man nicht einfach über den weggenommen und fragen. Völlig egal, das würde man bei niemandem machen. Das ist einfach übergriffig, macht man natürlich nicht. So, Punkt zwei. Nicht der Begleitung danken, dass sie sich um mich kümmert. Oh Gott, oh Mensch, ja klar. Oh mein Gott, oh Gott. Ja, also das ist alles selbsterklärend. Auf Festivals nicht antatschen wie ein Glücksbärchen. Also, Rollstuhlfahrer sind keine Glücksbärchis, an denen man sie auf die Schulter fassen kann und dann überträgt sich da diese unglaubliche Kraft und Freude. Keine dummen Fragen, wenn man sich nicht kennt, zum Beispiel, kannst du noch Sex machen? Es gibt Leute, wirklich, man möchte die ganzen Planeten absperren. Die aus der Lebenswelt. Aber deswegen mag ich diese Rubrik auch so gern, weil ich hoffe, vielleicht hört hier jemand zu und dem wird gerade mal klar, dass man sich auch ein bisschen über sein Gegenüber Gedanken machen sollte und man nicht immer alles sofort rauslabert, sondern auch mal so ein bisschen Empathie zeigt. Alte Bekannte sollten einen nicht ignorieren, weil sie unsicher sind. Man ist ja noch derselbe wie vorher, man kann also Hallo sagen. Wenn man offensichtlich, und das ist jetzt ganz interessant, wenn man offensichtlich Probleme hat, dann darf man durchaus fragen, ob man helfen kann. Und das ist nämlich der große Unterschied. Wenn also da wirklich eine unüberwindbare Hürde, irgendwas ist nicht barrierefrei und irgendwo, braucht man einfach Hilfe. Dass man dann genauso, wie man das machen würde bei einer Familie, die offenbar zu viele Taschen gleichzeitig tragen muss und noch einen Kinderwagen und noch ein Kind auf dem Arm und so, da geht man auch nicht einfach hin und nimmt den Kinderwagen und sagt, den nehme ich jetzt. Sondern man geht hin und sagt, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Das würde man im normalen Alltag machen und ich finde, diese Unsicherheit, die muss man irgendwie ablegen in Situationen, in die man nicht so oft gerät und wenn man dort sieht, da gibt es ein Problem, kann man Ihnen sagen, was ist los. Wir können meistens normal reden, verstehen und antworten. Man muss nicht die Begleitung fragen, wie es mir geht. Also das geht so in die andere Richtung, dass man also einfach erstmal guckt, welche Situation haben wir hier. Dann eine Sache, Behindertenparkplätze und Behindertentoiletten nutzen bitte nicht. Es gibt sehr wenige und gerade bei den Toiletten gibt es noch weniger und es ist oft sehr eilig. Also wenn man so das Gefühl hat, ach ist doch egal, also es gibt, weiß ich nicht, also auf einem Parkplatz, derart würde ich mich natürlich überhaupt niemals stellen. Aber auch Toiletten soll man nicht benutzen, weil wenn es dann, wenn man denkt, die ist ja gerade frei, ja klar ist die gerade frei, sonst könnte man die ja nicht benutzen. Aber wenn sie dann eben gerade nicht frei ist, wenn eine Minute später jemand kommen will, der irgendwie keine Wahl hat und vielleicht von sonst wo her dahin gekommen ist, weil er gar nicht in seinem direkten Umfeld vielleicht eine gehabt hat, das muss man einfach, also da geht man dann einfach nicht hin, weil man viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten hat. So ist das. Das sind die Meldungen, die ich hier bekommen habe. Ja, es ist, da zeichnet sich aber auch so ein Muster ab in all dem, was wir sagen. Ich sag mal, wenn man ein bisschen mitdenkt und das, was Jakob auch beschrieben hat, so ein bisschen Empathie für die Mitmenschen hat, dann würden sich sehr viele Punkte in Luft auflösen und müssten hier gar nicht genannt werden. Ja, aber so ist es ja manchmal nicht und deswegen sind die Regeln gut. Ja, es ist auf der anderen Seite auch gut, dass wenn man in so eine Situation kommt und weiß nicht, wie verhält man sich da jetzt, dass man dann vielleicht an eine unserer Listen zurückdenkt und weiß, genau so wird es gemacht. Und dafür ist diese Rubrik ja da. Ich möchte euch auch noch mal zehn Punkte von Verhaltensregeln mitgeben, die mir zugetragen wurden. Und zwar habe ich die Edizione Italiana und Klaas, du bist ja noch in Italien. Und hier habe ich Verhaltensregeln von Ori, das ist eine Italienerin und die sagt uns, wie man sich bitte in Italien zu verhalten hat, vor allem als deutscher Michel. Mich hat diese Nachricht erreicht, pünktlich, als der Flieger wieder in Berlin gelandet ist. Aber du kannst noch profitieren, mein Freund Klaas und die ganzen Horden an Deutschen, die jetzt gerade über den Brenner fahren, die können jetzt auch noch mal was mitnehmen. Nummer eins. Die machen jetzt mal das Autoradio lauter, ne? Ja, ja. Nummer eins. Jakob Lund weiß es hoffentlich, sonst kann ich ihn als Kaffeearschloch nicht mehr ernst nehmen. Keinen Espresso bestellen, sondern einfach einen, Klaas sag du es? Kaffee Normale. Jakob? Ich glaube Kaffee reicht. Kaffee ist ein einfacher Espresso. Das ist korrekt. Das ist dann automatisch ein Espresso. Und Dopio ist der Doppelte. Und Lungo ist der Lange. Ah, damit verbunden bitte keine Beschwerden darüber, dass das nur so eine kleine Pfütze ist. Das muss so, alles andere wird als gefärbtes Wasser bezeichnet. Wenn man solches will, bitte einen Kaffee Lungo bestellen, ist dann aber auch nur eine Espressotasse mit einer etwas größeren Pfütze. Zweitens, Klaas, nackt baden oder nackt am Strand liegen ist ein absolutes Tabu in Italien. Das höchste der Gefühle ist oben ohne für Frauen. Aber selbst das ist nicht überall gern gesehen. Oh. Mittags zwischen eins und zwei und abends zwischen acht und zehn. Dazwischen gibt es höchstens mal einen Snack. Also nicht wundern und vor allem nicht beschweren, wenn die Pizzeria um 17 Uhr zu hat. Sechstens, tagsüber kein Bier in der Öffentlichkeit trinken. Jetzt, aber das verstehe ich das erst, weil die E dann, also jetzt verstehe ich das wirklich mit diesen Öffnungszeiten, weil das für die so völlig klar ist, wer soll denn da essen in der Zeit? Wer soll da essen? Da können wir auch zu haben. Und man denkt halt so als Alman, wenn man so durch die Innenstadt geht, ja warum kann ich jetzt hier nicht immer wenigstens kurz eine Pasta essen? Ja, weil es eh gar keiner macht. Ja. Sehr gut. Das stimmt. Tagsüber kein Bier in der Öffentlichkeit trinken, außer zum Mittagessen, das ist okay. Habe ich auch nicht immer. Eine gute Gelegenheit zum... Also da muss man aber sagen, das sagt das Volk, von dem Michael Schumacher erzählt hat, von seinen Mechanikern früher, als seine Anfangszeit, ich glaube 96, zu Ferrari wechselte, dass die rohrvoll nach dem Mittagessen wieder in die Garage zurückgegangen sind, an diese Millionen Euro Boliden dann da Schrauben reingedrückt haben, mit denen er dann 300 fahren sollte, weil die beim Mittagessen völlig selbstverständlich in Fiorano eine Flasche Rotwein gesoffen haben. Und ihr wollt uns jetzt sagen, wir dürfen kein Bier in der Öffentlichkeit trinken? Ja, beim Mittagessen. Obacht. Ja, aber du hast auch gerade gesagt, das hat dich auch schon mal erwischt, das heißt du bist schon das eine oder andere Mal mit einer Dose Paderborna durch Rom geschwinkt am Nachmittag. Mit Porto Cervo und Dosenbier, ist doch klar. Aber hier, eine gute Gelegenheit zum Daydrinking ist der Aperitivo, circa eine Stunde vor den oben genannten Mahlzeiten. Also 19 Uhr. Das heißt, die Mechanik, nein, 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 ab elf, ja. Also es gibt ja die zwei Essenszeiten, die ich gerade beschrieben habe, ja. Und das heißt, du kannst mittags, ab einer Stunde vor dieser Mittagszeit, kannst du schon anfangen, Aperitivo zu trinken. Und das werden die Mechaniker von Schumacher genutzt haben. Also Klaas, du darfst eigentlich in einer halben Stunde dir einen Negroni machen. Okay. Dann ist es elf Uhr morgens. Ja, aber nicht mehr wie sonst nackt, habe ich gelernt. Kein Wein zu Pizza trinken. Kein Wein zu Pizza? Zu Pizza trinkt man Bier, Cola oder Wasser, ist sonst nichts. Ja, okay, schuldig. Ich muss jetzt auch aufpassen, ich habe jetzt hier irgendwie angefangen mit Rotwein. Da muss ich jetzt auch richtig aufpassen langsam, weil der ballert einer noch ganz schön weg. Der hat 14, 15 Prozent teilweise. Der schmeckt fantastisch natürlich. Den gibt es hier überall. Mit Weißwein muss man hier nicht arbeiten, das funktioniert nicht so gut. Aber, ja, und diesen Rotwein, den trinke ich eigentlich zu allem. Und damit muss ich jetzt aber grundsätzlich aufhören, weil man dann doch ein bisschen, wie soll man sagen, schwerfälliger in den Tag so hinein startet. Also so richtig so fit wie ein Turnschuh, wie normalerweise, dass ich also aufspringe und sage, am Young, healthy, full of energy, was haben wir heute vor? Das ist nicht jeden Tag der Fall hier. Achtens, Klaas, in Bekleidung durch die Stadt laufen, nicht in Badebekleidung. In welchen Kombinationen? Also geht es darum, dass man nur eine Badehose trägt? Das würde ich natürlich nicht machen. Badehose-T-Shirt ist, glaube ich, auch schon, ist eigentlich, ist halt asozial. Aber ich habe ja offene Badehose und ein feines Oberhemd. Ist das auch nicht so? Na ja, da müssen wir mal vorlegen. Aber auch nicht jetzt nach Wochen, wo ich, also ich habe richtig braune, schöne Summerlags mittlerweile. Ich habe ja nicht mehr diese deutschen Kartoffelstampfer, sondern ich habe jetzt richtig braune, goldbraune Summerlags mittlerweile. Auch die darf ich nicht präsentieren. Ich glaube nicht, dass Sie das jetzt an dem Bräunungsgrad ausmachen, ob Sie das geschmacklos finden oder nicht. Wieso? Aber das macht ja schon einen Unterschied. Also ich muss sagen, ich bin eine Bereicherung fürs Stadtbild. Neuntens, bitte keine Beschwerden, dass es kein deutsches Frühstück im Hotel oder Café gibt. Frühstück hat in Italien nicht so einen hohen Stellenwert wie in Deutschland. Und es gibt nur einen Kaffee oder Cappuccino mit Keksen oder einem Cornetto, in Klammern Croissant. Beim Gedanken, am Morgen ein Wurst oder Käsebrot oder ein Ei zu essen, dreht sich Italiener in der Magen um. Das leuchtet mir auch ein, weil ich habe mich fast immer, habe ich gedacht, naja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwach, das Frühstück. Oh, da hätte ich mir mehr versprochen und die sind das. Und es ist so geil. Also wahrscheinlich ist das für die immer wie so eine Dschungelprüfung, wenn sie zu Deutschen an den Tisch gehen und sehen, was die da machen morgens. I, ein Rührei. Gehen Freunde in Italien gemeinsam etwas essen oder trinken, wird sich immer darum gestritten, wer zahlen darf. Und es gehört sich nicht schnell nachzugeben. Wenn geteilt wird, weil es zum Beispiel eine größere Gruppe ist, wird der Betrag gleichmäßig aufgeteilt und fertig. Umso erstaunlicher ist es... Aber ist man nicht besonders großzügig, wenn man direkt sagt, na gut, okay, machen wir. Nein, 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 ich glaube, das ist aber, was man nicht vergessen darf, es ist genauso verlogen natürlich. Da wird dann das große Theater von Ich-Will-Zahlen da aufgeführt. Aber natürlich, heimlich freut sich jeder auf der Welt überall, wenn er nicht muss. Aber das Theater, was man aufführt, hat einfach ein anderes Drehbuch. Das finde ich wirklich richtig super. Also wenn man sich dann da so künstlich, theatralisch darüber streitet, nein, ich möchte, beleidige mich nicht mit deinem Geld. Ich werde es, das ist doch wirklich, das ist doch super. Da ist doch gleich Stimmung am Tisch. Deswegen ist das immer so Rambazamba. Das ist mega geil. Ich muss zum Thema Bezahlen übrigens auch nochmal was sagen, weil wir natürlich nicht dazu beitragen wollen, dass die Trinkgeld-Geb-Kultur weiter eingeschränkt wird, nur weil man mittlerweile viel mehr mit Karte zahlt. Weil wir gesagt haben, das geht dann irgendwie nicht oder das Restaurant macht das nicht, also lässt man es gleich und so. Da habe ich also ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und mir ist das ein großes Anliegen, das nochmal weiterzugeben. Wir haben das nicht gesagt, ne? Nee, aber das wurde gesagt und es wurde hier und da mal so dargestellt, wie auch immer bei uns im Podcast. Und deswegen haben ganz viele Leute das Trinkgeld-Thema nochmal mir geschrieben und haben gesagt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir nicht noch weniger Trinkgeld kriegen, weil jetzt die Leute denken, wenn man mit EC-Karte das gibt, dann kommt es sowieso nicht bei uns an. Ganz viele haben da widersprochen und haben gesagt, es gibt ganz, also die allermeisten Kassensysteme können das nämlich getrennt ausweisen und wenn der Chef cool ist und das sind die meisten, dann kriegen das die Mitarbeiter. Da gibt es so einen extra Knopf sogar. Ja, es gibt so einen extra Knopf, also es funktioniert auf jeden Fall und man soll bloß nicht jetzt anfangen zu sagen, ach ja, dann war es das wohl jetzt mit Trinkgeld, weil das geht ja eh nicht mit EC-Karte. Es gibt sowieso schon viel zu wenig Trinkgeld und die Gastronomie leidet darunter. Man soll also nicht verzagen, das weitermachen. Man kann es auch kurz ansprechen, wenn man das jetzt so genau wissen will. Man kann einfach Trinkgeld geben und hoffen, dass das einer von diesen betrieben ist, wo das gut läuft. Es wurde sogar in Aussicht gestellt, dass die Dame, die uns damals geschrieben hat, dass man auf keinen Fall Trinkgeld per EC-Karte geben soll, dass die von ihrem Chef beschissen wird, weil es so einfach ist abzurechnen und irgendwie zu differenzieren. Wenn der Chef die ganze Zeit sagt, ja kann ich leider nichts machen, kann ich leider nichts machen, sollte sie das nochmal hinterfragen. Das wollte ich nämlich auch sagen, ja. Okay, oh, da haben wir was aufgedeckt, um Gottes Willen. Apropos aufgedeckt, ich möchte auch in dieser Runde natürlich das Medienthema der Woche mit euch besprechen. Es geht um Patricia Schlesinger. Sie war die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburgs. In den letzten zwei Wochen kamen immer wieder neue Meldungen über die Art und Weise, wie sie mit diesem Amt umgegangen ist, die letztendlich dann auch in ihrem Rücktritt geendet haben. Die Vorwürfe sind, dass sie ihren Mann, der gegenüber vom RBB Chef ist, der Messe Berlin, bevorteilt hat, dem Sachen zugeschoben hat, Gelder zugeschoben hat, dass sie soll ihr Büro umgebaut haben, die ganze Chefetage beim RBB, für über 650.000 Euro unter anderem ein geöltes italienisches Parkett verlegt haben, für 7.500 Euro eine Wandbegrünung mit Bewässerung. Sie soll also über die Gebühr teuer hier ausgestattet haben und sie hat eben auch, und das ist ein weiterer Vorwurf, der eben jetzt auch gerade tatsächlich von der Staatsanwaltschaft geprüft wird, ein privates Essen oder ein Essen zu Hause ausgerichtet. Und bei diesem Essen soll sie die Kosten für das Essen, die Weine, dann über den RBB abgerechnet haben. Und sie soll sogar, so der Vorwurf, vier essenden Personen, darunter nämlich die vierte Person, ihr Mann, soll sie drei essende Personen auf der Rechnung gemacht haben. Und die Polizeipräsidentin, die zum Beispiel bei diesem Essen war, sagt, ihr war das überhaupt nicht deutlich, dass das ein geschäftliches Essen war. Für sie war das eindeutig ein privates Essen, weil es nicht darum ging, die private Wohnung von Schlesinger einzuweihen. Und sie war auch sehr bestürzt, also sie, die Polizeipräsidentin, dass jetzt diese Kosten, die da bei dem Essen entstanden sind, was sie für eine Einladung hielt, jetzt an den Gebührenzahler hängen bleiben. Dazu hat Patricia Schlesinger eine Audi-Limousine zur Verfügung gestellt bekommen und hat hier einen Rabatt, den ich doch auch als Auto-Leaser recht ungewöhnlich finde, von 70 Prozent eingeräumt bekommen. Das ist doch ein recht hoher Rabatt, wo auch ich sage, Mensch, also es muss vielleicht nicht jeder Einzelvorwurf stimmen, aber hier bin ich hellhörig geworden. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist euer Umgang mit diesem Thema? Weil ich finde, ich ertappe mich immer wieder dabei, auch weil sie ja so aus dem Springer-Bereich die Vorwürfe losgetreten wurden über den sogenannten Business Insider, dass ich immer wieder auch überlege, was von den Sachen ist wirklich zu teuer und irgendwie unangemessen und was ist vielleicht auch hochgejetzt. Das nur so als Beispiel, diese 650.000 Euro von der Büroetage, wenn man da mal so drüber nachdenkt, dann ist natürlich auch die ganze Etage in den Büros gebaut und da wurde irgendwie, was weiß ich, IT gebaut. Sowas ist ja auch einfach teuer. Naja, also ich habe da so ein paar Bilder gesehen von dieser Chefetage. Ja, die habe ich auch gesehen. Die waren schon ... Erstaunlich hässlich. Ja, genau, die waren super hässlich. Mit T-Re-A-Blick. Ja, genau, also total hässlich, aber für schlechten Geschmack wurde sie da ja nicht bestraft. Aber das sah auch schon teurer aus als woanders. Also da hatten die zum Beispiel so hängende Pflanzen, das war ja mal vor ein paar Jahren, ich glaube so vor fünf, sechs Jahren war das mal sehr angesagt, dass man sich also so an der Wand hängende, echte Pflanzen, wie so eine Art begrünte Wand oder wie soll man sagen, ne? Das haben die sich da irgendwo aufgehängt, aber jetzt auch, ja, nicht so schön wie im Roccoforte in Rom, sondern halt da haben die einfach da so ein Rechteck da aus der Wand da rausgeschnitten und haben da so ein paar Pflanzen reingehängt. Und ja, gut, ob das jetzt sein musste, dann haben die so geschwungene Empfangstresen und so, die jetzt wirklich nicht besonders schön waren. Also ästhetisch ist es wirklich eine glatte Sechs. Die ganzen Holzfarben haben auch nicht so zusammengepasst. Nein, das ist wirklich auch... Der Boden und diese ganzen Holzmöbel, das sah alles scheiße aus. Also da muss man sagen, da ist die Geldverschwendung, weil es ja für sehr hässliche Sachen auch ausgegeben wurde. Ich finde, das spielt schon eine Rolle. Da kann man schon mal sagen, da gehört sie bestraft für. Absolut. Gut, also sie darf sich auch als Intendantin nicht so übers Ohr hauen lassen. Meinst du? Da waren so irgendwelche Couch für 20.000 Euro, sah aus wie von Möbelroller. Ja, die war auch super hässlich. Ja, es ist wirklich... Super hässlich. Mega krass. Ja, aber jetzt will ich noch eure Meinung sagen. Weil ich muss nur ganz so sagen... Hatte die so eine Couch von, wie heißt diese Marke, Beetz? Ja, so. Wie die heißt. Die sah aus wie eine Euro-Palette mit so handgedrechselten Kissen drauf. Also ganz, ganz fürchterlich. Und dann noch diese über-RBB-Kissen mit so geckigen Sprüchen und so. Aber Jakob, mich haben ganz viele Zuschriften ereilt, die dich verdächtigen, dass du Teil von diesem ominösen Abendessen gewesen wärst. Da, es waren vier Teilnehmer und es wurden elf Flaschen Wein getrunken an so einem Abend. Ja. Und andauern... Ich hab die Liste gesehen. Da sind viele von meinen Lieblingsweinen bei. Also die HörerInnen haben durchaus recht. Also da ist Sancerre, wurde da getrunken. Ich glaub ein Pomeroy. Also wirklich alles Weine, die ich auch sehr gern trinke. Ich hätte eingeladen gehört. Aber ich hab wirklich bei Frau Schlesinger nur als Rolex-Coach Beraterhonorar im Wert von 200.000 Euro abgerechnet für drei Meetings. Also das war alles noch im Rahmen. Aber man kann aber, sich mal jetzt wirklich mal unter uns, wenn die da sitzen zu viert und elf Flaschen Wein vernichten, dann kann man sich ja so ungefähr vorstellen, was für eine Scheiße die dann da irgendwann reden. Die sind also richtig ultra besoffen. Also es geht ja gar nicht anders. Wie die Raben, ja. Die müssen also wahnsinnig, wahnsinnig betrunken sein, wie die Tümpelkrehen und wissen natürlich, dass sie das dann alles da auf den LBB und auf den Gebührenzahler da anmelden und so und fangen dann da an, irgendeinen Quatsch zu reden und eine knallbesoffene Polizeipräsidentin, ich meine, kann sie ja machen, ist ja ihr privates Essen, hat sie ja selber gesagt. Da kann die natürlich auch sich irgendwie drei Flaschen Wein reindrehen, ist ja komplett ihre Entscheidung. Aber man kann ja trotzdem einfach so als Kommentator des täglichen Lebens, kann man sich natürlich vorstellen, wie lustig das ist, wenn da so ein paar, ja, so ein paar Endfünfziger sich da elf Flaschen Wein reindönern und auch insgeheim wissen, da ist alles voll geil umsonst und dann haben wir jetzt noch so, haben wir noch so ganz eine neue Couch fürs Büro und keiner kriegt es mit und wir sind ja so super schlau. Also da hätte ich gerne Mäuschen gespielt, was dann da so für Theorien über das Leben dann irgendwann so auf den Tisch kommen und so und was überhaupt, wie überhaupt so gewisse Dinge eingeordnet werden. Das ist bestimmt sehr sympathisch. Aber jetzt haue ich nochmal auf den Tisch. Ich bin ja ehemaliger RBB-Mitarbeiter und ich habe mitbekommen, wie meine liebe Anstalt, meine Lieblingsanstalt der RBB, die zweitärmste Anstalt von allen Ansternen, wie sie wirklich in den letzten Jahren extrem gespart haben. Da sind viele Sendungen weggefallen, da sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rausgeschmissen worden, weil man den Gürtel wirklich enger geschnallt hat. Und da in diesem Atemzug, muss man wirklich sagen, sind diese Ausgaben einfach Zeugen von Geschmacklosigkeit, unabhängig von der rechtlichen Komponente. Und ich möchte mich trotzdem auch nochmal stark machen für die vielen tollen, freien und festen Journalistinnen und Journalisten, die beim RBB arbeiten und da jeden Morgen hingehen, weil sie versuchen guten Journalismus zu machen und gute Sendungen und die alle jetzt unter diesem schrecklichen Bild leben müssen, dass da jemand an der Spitze mit so schlechtem Benehmen auffällt und die jetzt auch so unter diesem schlechten Ruf des RBBs leiden. Und das tut mir für die einfach leid und vor allen Dingen auch, es ist ärgerlich für die ganzen Arschlöcher, die am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die die Existenz anzweifeln und für die das im Grunde so die Bestätigung ihrer idiotischen Thesen ist. Ich finde es großartig, dass wir einen Rundfunk haben, den wir alle finanzieren und der deswegen im besten Fall frei ist von Interessen. Und ich finde, so ein Fall muss jetzt dazu führen, dass bei allen Anstalten alles auf den Prüfstand kommt und damit man vielleicht wirklich wieder in ein System kommt, wo diese ganzen Vetternwirtschaften, das ganze Gekungel und Gemauschel erschwert wird und wo man wieder so mit Geldern umgeht, die man verwaltet, die einem aber nicht selber gehören. Ja, da kann man wenig zufügen, außer dass man jetzt demnächst auch, jetzt wird halt nicht mehr mit dem A8 zum Dreh gefahren. Das ist dann aber auch echt wichtig. Wieso, wir sind doch bei ProSieben. Achso, ja stimmt. Wir können machen, was wir wollen. Ich lasse mir mein Champagner nicht verbieten. Danke, Wolfgang Linker. Es gab mal so ein Interview, kann ich mich daran erinnern, da hat, glaube ich, John Cleese war das, von Monty Python, Captain, natürlich auch als tollen Schauspieler und so in den Jahren darauf. Und der saß in seinem Haus in Amerika, irgendwo an der Westküste und der wurde interviewt von einem Journalisten aus München und die haben das per Telefon gemacht. Und dann hat der Journalist aus München seine Fragen dargestellt und die eine oder andere Frage fand John Cleese dann auch nicht so gut und hat dann irgendwann ins verregnete München dann die Antwort übersendet, dass wenn jetzt nochmal so eine doofe Frage kommt, dann geht er raus schwimmen, weil er schon jetzt hier durchs Fenster sieht, wie die Sonne sich im Ozean spiegelt. Und so ähnlich fühle ich mich hier natürlich gerade, das versteht ihr. Ich habe nichts gegen eure interessanten Gedanken und auch nichts gegen eure Erkenntnisse über irgendeine Frau, die da irgendwo eine Flasche Wein zu viel getrunken hat oder sich da ein Bobbycar hat schenken lassen oder ich weiß nicht, ob da der Rubicon nun überschritten ist oder nicht, das mögen andere beurteilen sehr gerne, aber wisst ihr, wenn ich hier raus gucke, dann sehe ich da so eine parkähnliche Anlage und da hinten, da glitzert, da spiegelt sich glitzernd die Sonne im Pool und so eine Ananas, die wird jetzt auch nicht besser über den Tag, wenn man die so auf dem Frühstückstisch hat liegen. Versteht ihr? Dann willst du jetzt auch nicht mehr meine Streaming-Tipps zum Wochenende hören, ich habe nämlich so Brandheil, ich habe sogar schon angeteast und dies und das, also ich bin wirklich... Es war überhaupt keine Abmoderation dieses Podcasts, ich möchte nur, dass ihr euch als Teil meines Urlaubs doch noch betrachtet, also dass ihr, weil ich fahre in den Urlaub, damit alles etwas schöner ist, versteht ihr? Alles muss ein bisschen besser sein als zu Hause, sonst brauchen wir ja nicht in den Urlaub fahren und alles muss sich irgendwie an dem Anspruch von mir als jemand, der einen wohlverdienten Urlaub macht, diesem Anspruch müsst ihr in gewisser Weise noch weiterhin gerecht werden. Ich möchte hier den Podcast gar nicht beenden, das soll auch gar kein Ende sein oder so. Ich möchte nur, dass ihr in der Fortführung dessen, was jetzt hier noch kommt, euch bewusst darüber seid, dass es qualitativ ein bisschen mehr sein muss als normalerweise, weil ihr jetzt Teil meines Urlaubsalltags seid und deswegen bitte ich euch, das Beste rauszuholen und mir auch Angebote zu machen, dass ich weiterhin das Gefühl habe, ich bleibe hier in diesem Gespräch, weil es meinen höheren Ansprüchen in dieser Zeit dann doch gerecht wird, was ihr mir erzählt. Versteht ihr, wie ihr das meint? Ihr steht in Konkurrenz. Zum Mehr. Ja, wir haben jetzt eine Pflicht, wir müssen jetzt richtig auf den Punkt, jetzt müssen wir abliefern, ja komm. So habe ich es gesagt. Schmidi, schieß die Tipps raus. Ich habe zwei wahnsinnige Megatipps. Ihr müsst, glaube ich, wählen, weil das sprengt den Rahmen. Das sprengt den Rahmen. Ich kann nicht beide vorstellen, ich kann nächste Woche nachreichen. Und zwar könnt ihr wählen zwischen der Dokumentation The Most Hated Man on the Internet, da geht's um den Gründer. Um den Are You Up Typen? Ja, Is Anyone Up. Is Anyone Up? Genau. Über den. Oder über die Dokumentation, ebenfalls bei Netflix, über Woodstock 99. Jetzt weiß ich, jetzt klingt erstmal die Is Anyone Up Story besser, aber ich sage, ihr wollt bitte die Woodstock 99 Story. Die brennt mir unter den Nägeln. Okay. Es ist weg. Also. Na dann. Woodstock 99, eine Dokumentation, ich glaube zwei Teile, anderthalb Stunden, ist jetzt auf Netflix raus. Was war Woodstock 99? Jeder kennt das alte Woodstock in den 70ern. Sondern das wollte man, ich erinnere mich sogar noch grob daran, in den 90ern, 1999 wollte man das wiederbeleben und den alten Geist wiederbeleben und ehrlich gesagt auch eine gute Stange Geld verdienen. Da hatte ich gedacht, mit dem Namen, da kommen halt wirklich nochmal richtig viele Leute, da können wir daraus ein Kommerzfest machen, schreiben aber so eine Hippiekultur drauf. So und das klingt ja erstmal sehr vielversprechend, ne, für alle Beteiligten, für die Bands, die da gefühlt vielleicht nochmal auch an was ganz Großem teilnehmen können, für die ZuschauerInnen, die sich das anschauen, bei dieser Legende von Festival, dem größten Festival, das es jemals gab, dem legendenreichsten, nämlich Woodstock aus den 70ern, da das Revival wieder teilnehmen und natürlich auch den Machern, die damit eine Stange Geld verdienen. Also haben sie das auf die Beine gestellt, haben auch wirklich saftige Preise dran geschrieben, weil wenn jemand 1999 an einer Legende teilnehmen will, dann muss er halt irgendwie gut blechen, dann kostet so ein Bier auch mal 12 Dollar, dann kostet ein Wasser 14 Dollar und so ging das. Und da waren vielleicht die ZuschauerInnen jetzt auch nicht so drauf ausgerichtet, hatten gar nicht so viel Geld dabei und deswegen war schon am ersten Tag die Stimmung so ein bisschen mies. Es ging drei Tage lang, es waren 40 Grad, irgendwas zwischen 40 und 45 Grad. Die Leute konnten sich da Getränke nicht leisten, haben dann irgendwie auf die Toiletten und haben da teilweise aus den Toiletten das Wasser rausgezogen, haben Rohre aufgeschlagen und haben sich da die Getränke geholt, was aber den Nachteil hatte, dass sich die Fäkalien mit dem Trinkwasser vermixt haben und alle hatten so braune Kackflüssigkeit in ihren Bechern und in ihren Flaschen und haben sich davon eigentlich mehr oder weniger ernährt bei wirklich 45 Grad. Also die haben ihre eigene Scheiße getrunken? Richtig, richtig. Da gibt es auch eine schöne Sequenz in der Doku, wo das Gesundheitsamt macht so Stichproben und die sind so beschissen, dass die es gar nicht glauben konnten. Dann haben sie nochmal geprobt und haben gemeint, die trinken einfach nur flüssige Scheiße. Und zwar, jetzt kommt es, es waren 250.000 bis 500.000 Zuschauer auf diesem Festival. Also eine Menge, man weiß von Rock am Ring sind es ungefähr 80.000, 90.000 und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man die Masse von Rock am Ring sieht, was es bedeutet, wenn da 250.000 bis 500.000 Zuschauer bei 45 Grad nichts zu trinken haben, außer ihre eigene Scheiße. Das sind schon mal keine guten Bedingungen. Dazu kommt, es waren die 90er Jahre und das war ja eh so, sagen wir mal so ein bisschen das Feier- und Drogenjahrzehnt. Also durch die Rave-Kultur, durch die Technokultur kamen sehr viele Drogen drauf und interessanterweise, das sagt die Doku auch, war das schon so die Endentwicklung davon. Also es kamen immer krassere Drogen, was am Anfang Ecstasy in einer ganz normalen Mischung war oder was heißt normal, in einer sanften Mischung, wurde immer härter. Es ging immer mehr darum, härteres Ecstasy zu haben und so weiter. Also das war so richtig die Endzeit von diesem Party-Jahrzehnt. Und es war auch kein Hippie-Jahrzehnt, nämlich es war die Zeit von Limp Bizkit, die da auch aufgetreten sind. Und Limp Bizkit war so ein New Metal, sehr aggressiv, sehr, naja, sagen wir mal dem Proletariat zugeordnet, so White College Boys. Das war deren Musik. Und das ist alles so kulminiert in einer Stimmung, die absolut nicht friedlich war, die absolut super aggressiv war, bei 45 Grad und wie gesagt Scheiße trinken. Und dann sieht man, während diesem, am Tag zwei, tritt Limp Bizkit auf. Und die Stimmung ist bis dahin schon beschissen und kurz vor Riot. Aber ganz kurz, es ist doch wirklich interessant, dass man sagt, man hat 45 Grad Temperatur, alles ist so toll, man trinkt seine eigene Scheiße. Aber richtig eskaliert ist dann erst, wenn Limp Bizkit auf die Bühne kommt. Das ist das Schlimmste. Es ist, naja, ne, also auch da noch, man muss sagen, Limp Bizkit ist aufgetreten, war hart erwartet, ja, und da war wirklich, das ganze Festival stand vor der Bühne. Und die sind ja sehr bekannt gewesen dafür, dass sie extrem, extreme Stadion-Bands sind, im Sinne von, die heizen die Massen so dermaßen ein. Also jeder, der mal auf dem Limp Bizkit-Konzert war, gerade in der Zeit damals, der war froh, wenn er irgendwie lebend aus dem Moshpit gekommen ist. Selbst bei normalen Konzerten, ich habe das drei, vier Mal erlebt, das war wirklich so, da musste man auch als junger Bub immer ganz schnell an den Rand, man hat sich länger als zwei Minuten vorn drin ausgehalten, weil wild um sich geschlagen und geprügelt wurde und gehüpft und es gab kein Entkommen. Und hier diese Masse, da wurde Fred Durst, der Sänger von Limp Bizkit, immer dazu angehalten von den Veranstaltern, haltet die ruhig, das sind wie wilde Tiere da unten. Die haben alle eine riesen Krawatte, sind auf Drogen, vergessen sich komplett und baden nur in Scheiße. Was hat Fred Durst gemacht? Der hat gemeint, naja, du, es ist unsere Verpflichtung hier, wir sind hier Limp Bizkit und ich bin dazu da, die Leute anzustacheln, also mache ich das. Und der größte Hit von Limp Bizkit war Break Stuff. Und er handelt davon, dass man die Schnauze voll hat, man Probleme mit den Eltern hat, Probleme mit Politikern, Probleme mit diesen, dass einem die ganze Welt auf den Nerv geht und man eigentlich nur alles zerkloppen will, was um einen rum ist. Und er weiß ja, er sieht diese Masse, die sich da unten jetzt schon benimmt wie Tiere, ne? Der schlimmste Moshpit, den man sich vorstellen kann. Und dann macht er quasi noch einen Countdown und erzählt, wenn ihr die Schnauze, wenn ihr es nicht mehr weiter wollt, wenn ihr die Schnauze voll habt, dann rastet jetzt aus. Ich zähle jetzt bis 10 und dann rastet ihr aus. Dann sieht man das und der zählt runter und in dem Moment, wo er, wie angekündigt, die Leute ausrasten sollen, das sind Bilder, die habe ich so noch nie gesehen. Es sieht wirklich aus, als wäre Krieg. Die reißen alles ab, was da irgendwie im Weg rumsteht. Die rütteln am Turm von den Kameras, die rütteln am Turm vom Soundpult, die reißen das Soundpult raus, schmeißen es weg, die nehmen irgendwelche Latten, reißen sie vom Festivalgelände, surfen da drauf. Es steht kaum mehr jemand, weil die alle nur um sich rumfallen. Später, und das ist auch die schlimme Sache, erfährt man auch, dass es während dieses Konzerts noch Vergewaltigungen gab, dass es babylonische Züge hatte, dass teilweise 30 Frauen in einer Reihe nackt an irgendwelchen Zäunen standen, dahinter Männer, Sex hatten, während Limp Bizkit gespielt hat. Es ist ein einziges babylonisches Orgie und die wurde so angeheizt danach und dass man wirklich, man musste auch den Auftritt von Limp Bizkit, wurde dann abgebrochen. Fred Durst war auch dumm genug, nicht zu erkennen, so jetzt mal langsam Leute, hier liegen Leute auf dem Boden, es kann zu Toten kommen, hier passiert sonstiges Schlimmes, sondern der hat voll mitgemacht, hat sich selbst auf eine abgerissene Tür gesetzt und hat damit Stage Diving gemacht oder ist da so über die Leute gesurft, hat die immer weiter angeheizt und dann am dritten Tag sollte das Festival beendet werden und es war ein einziges Chaos von vorne bis hinten und da wollten die Macher aber noch so ein Peace-Zeichen in die Welt senden, weil es war ja immerhin das Woodstock aus den 70ern, nur mit den Drogen der 90ern und der Aggressivität der 90er und haben dann die glorreiche Idee gehabt, man verteilt jetzt an alle Zuschauer während des Konzerts der Red Hot Chili Peppers Kerzen und Feuer und dann hat man auf einmal 200.000 Leute, die ultra auf Drogen waren, die haben Feuer und Kerzen in der Hand gehabt und was ist natürlich passiert? die haben das komplette Festival abgebrannt, es sieht, ihr habt, ich schwöre euch, ihr habt solche Bilder noch nie gesehen, es brennt das ganze Festival, die zerreißen alles, die plündern die Büros von den Mitarbeitern, die plündern die Merchandise-Stände, es sieht danach aus wie im Krieg, es brennt alles, es raucht alles, es sind wirklich schlimme Szenen von Vergewaltigung, von Drogenopfern, es ist ein einziges Chaos und es ist so krass, weil man zum einen auch ein Thema der Doku ist, was die MeToo-Bewegung mittlerweile auch wirklich erreicht hat, weil alles, was man da auch auf diesem Festival sieht, das mag vereinzelt leider immer noch vorkommen, wurde aber damals als vollkommen normal betrachtet, das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau sich auf den Rücken von ihrem Partner gesetzt hat, war es gang und gäbe und es wurde nicht irgendwie eingegriffen, dass zehn Hände aus allen Richtungen kamen und ihr an Busen gekrapscht haben, dass so Selbstvergewaltigungen teilweise toleriert wurden, die da währenddessen stattfanden, die das und so als Party-Gimmick aufgewertet wurden und so und es sind so Sachen, das wird auch in der Doku sehr gut gesagt, dass man heutzutage durch die MeToo-Bewegung auch irgendwie ein Klima geschafft hat, wo sowas, wenn man das sieht, in dieser Doku so abwegig ist und so animalisch sich anzuschauen, was wirklich damals nicht diesen Aufschrei verursacht hat. Man hat sich damals aufgeregt, dass da ein Riot stattfand, dass das Festival in Flammen aufgegangen ist, aber all die Sachen, das war noch Abteilung normal. Und das ist so krass, wie man auch seit dieser Zeit, in den letzten 20 Jahren und auch in den letzten zehn Jahren, was sich da verändert hat in der Wahrnehmung, das ist wirklich unfassbar. Und ich glaube auch jeder, der jetzt auf dem Festival ist und weiß, sobald irgendwas passiert, keine Ahnung, Foo Fighters spielen und irgendjemand liegt da oder jemand würde wirklich Frauen bekrapschen darin, dann wäre natürlich Dave Grohl der Erste, der das Konzert abbricht, der irgendwie sagt, so Leute, Moment, hier haben wir jemand, helft ihm mal wieder auf die Beine und sowas. Das war alles zu dieser Zeit noch nicht gang gebe und ist aber durch dieses Festival entstanden auch diese Kultur, dass jede Band, sei sie noch so wild, irgendwie Gespür mitbringt, was die Masse gerade braucht und wo man sie auch einbremsen muss. Und es ist wahnsinnig interessant zu gucken und die Bilder, die vergisst man nicht, man hat sowas noch nicht gesehen. Das ist gut. Und dann im nächsten Jahr haben die Woodstock 2000 gemacht. Richtig? Das war dann im nächsten Jahr darauf. Man kann sagen, Woodstock wird es nie wieder geben. Okay, vielleicht auch besser so. Aber das ist ein sehr guter Tipp. Also ich will das natürlich unbedingt sehen, weil da jetzt ganz viele Aspekte, die du da gerade so genannt hast, jetzt neben dem reinen Zuschauen von so einer Katastrophe da, das hat ja nun auch noch andere Ausmaße, so wie du das beschreibst, die also auch noch auf anderen Ebenen interessant sind zu beobachten. Sehr guter Tipp. Und nächste Woche reden wir dann über diesen The Most Hated Man on the Internet. Habe ich auch schon ein bisschen was drüber gelesen und du weißt offenbar mehr. Vielleicht weiß ich ja auch schon mehr bis dahin oder Jakob. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für diesen Tipp schon mal. Bitte, bitte. Schaut es unbedingt. Wirklich Wahnsinn. Sehr gut. So, Jakob, lebst du noch? Natürlich lebe ich noch. Ich habe gebannt zugehört. Ich werde mir das beides anschauen. Schmitti hat schon, als wir uns jetzt in der letzten Zeit persönlich gesehen haben, hat er schon begeistert berichtet. Und das ist ganz, ganz oben auf meiner Liste. Also es geht jetzt um dieses Sextape von Natascha Ochsenknecht. Darüber reden wir. Es geht darum, dass Julian F.M. Stöckel sich da ordentlich einwegknattert und Natascha Ochsenknecht in einer großen Runde sagt, was sie davon hält, oder? Darum geht es doch, oder? Genau das ist es. Exakt. Das muss geguckt werden. Das ist doch das Format, was da auf uns zukommt. Das klingt jetzt hier so aus dem Kontext gerissen, klingt das, als hätte ich mir das gerade ausgedacht. Aber so wird es wohl sein. Ja, so wird es sein. Wahrscheinlich wird es so sein. Ja, absolut. Vor allen Leuten, ne? Und dann wird gesagt, das hast du gut gemacht, super. Woher kannst du das? Ich habe noch eine letzte Bitte. Es ist ja so, ich habe euch eingangs erzählt, ich lebe im Hotel und ich bin wirklich hier sehr, sehr glücklich. Und ihr seid ja meine Freunde und es wird ja der Tag kommen, wo ich hier ausziehen muss. Wo dann keiner mehr kommt und mir das Bett macht, wo abends kein Bub klingelt, der mir so ein Wasser macht und mir meine Puschen ans Bett stellt und so einen kleinen Teppich da hinlegt, damit meine Füße nicht kalt sind, wenn ich hier auf das italienische Parkett steige. Und ihr kennt mich gut genug zu wissen, dass es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, dann hier abzureißen. Und es kann sein, dass ich euch bitten muss, dass ihr mich dann hier abholt. Dass ihr, weißt du, dass ihr mich so, es wird sein für mich wahrscheinlich wie so ein Entzug und auch die Woche danach wird sie ja nicht einfach für mich. Und da bin ich einfach auf meine Freunde angewiesen, dass ihr da besonders auf mich achtet, dass ihr auch seht, wenn ich um andere Hotels rumschleiche und dass, wenn ihr seht, ich habe schon den Personalausweis in der Hand und ich habe die Kreditkarte schon auf Deposit umgestellt, dass ihr dann wirklich auch da seid, mich da wegholt und mich einfach wieder nach Haus drückt, wo ich hingehöre, wo eben ein Briefkasten ist, wo man leider sein Glas selber wegstellen muss, wo man ab und zu auch einen Geschirrspüler beladen muss, wo man halt auch mal ein bisschen Staub saugen muss, was halt alles so zum Leben dazugehört, wenn man einfach lebt. Und da brauche ich euch. Müssen wir dich wie bei Trainspotting so ans Bett fesseln, in deinem bescheidenen Heim? Ihr müsst mich an mein bescheidenes Bett fesseln und einfach schauen, dass ich da drin bleibe. Es wird nicht lang dauern, aber ich denke ein, zwei Wochen. Und dass ihr mich wirklich auch hier abholt, das wäre mir auch sehr wichtig. Ihr wisst ja, wo ich bin, dass ihr mich da abholt. Ich hole dich da ab und ich erzähle dir noch irgendwas. Wir fahren jetzt zum Deutschen Parfümpreis und zieh dir was Schickes an und dann biegt die Limousine aber links ab und auf einmal stehen wir in deiner Auffahrt. Dann kannst du deine Lackschuhe da in den Schrank stellen und dann warst du das. Du hast dann wahrscheinlich noch einen Frack und einen Zylinder und so einen weißen Juppie-Hestas-Schal und das kannst du dann alles wieder ausziehen und dann kannst du dich in deinen Garten setzen. Ich habe noch ausnahmsweise als Rausschmeißer, weil es wirklich super schnell ist, die wichtigste, die wichtigste Miniliste von unserer Rubrik, lassen Sie das. Aber sie bietet sich hervorragend an als Rausschmeißer, weil sie so wichtig ist, so unfassbar wichtig und sie ist von einem Lehrer und das möchte ich ganz zum Schluss nochmal allen Eltern mitgeben, die Kinder zur Schule schicken. Die acht Punkte von Lehrern, die sie wirklich nie wieder von Eltern hören möchten. Erstens ihr, zweitens Kind, drittens ist, viertens auf, fünftens gar, sechstens keinen, siebtens Fall, achtens hochbegabt. Danke, Ende. Alles Liebe, alles gut. Baywatch Berlin Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall wo es Podcasts gibt.